Eine sensationelle Neuigkeit wird vermeldet. Der ehemalige Udo Lindenberg hat das Geheimnis gelüftet, warum er einen Hut trägt. Darüber rät sein Defens seit 30 Jahren. Warum er die Brille trägt, ist klar, aber wieso den Hut? Äußerst merkwürdig. Aber jetzt hat er es verraten. Das finde ich so großartig. Ich glaube, dass sich viele Menschen jetzt endlich andere Gedanken machen können. Morgen geht es weiter.